Fledermauspipi, fehlende Mumien und Fragezeichen zur drittgrößten Pyramide in Ägypten, nämlich der roten Pyramide. Ja, mit diesem Ding möchten wir uns hier in dem Video beschäftigen. Um diese Pyramide hier soll es gehen, die da rote Pyramide von Snorfrou oder wird ihm zugeschrieben. Was hat es damit auf sich? Was weiß man heutzutage über die Pyramide? Was ist erforscht? Was ist nicht erforscht? Welche Fragezeichen entstehen erstmal bei der normalen ägyptologischen Ansicht über die Pyramide? Das möchten wir heute untersuchen und damit erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier auf dem Kanal Faith.Science. Ich bin der Jascha Schmitz und der Kanal hier soll dir und mir helfen, selbstbestimmt eigene Schlüsse ziehen zu lernen, das zu optimieren im Bereich Glauben, Wissenschaft, Weltanschauung. Dazu hinterfragen wir hier unzensiert alle möglichen Themen. Jetzt in dieser Reihe hier geht es weiter mit unseren ja Mysterien, diesmal um die rote Pyramide. Was hat das wie gesagt mit Fledermaus, Pipi und fehlenden Mumien zu tun? Heute schauen wir uns ja das an, was wir zum Beispiel im Mainstream einfach im Wikipedia-Artikel finden. Sind da schon Ungereimtheiten? Dann möchten wir uns einem anderen Artikel widmen, einer genauen Betrachtung der roten Pyramide, der Funde dazu und bleiben erstmal so in der Mainstream-Ansicht. Trotzdem weißt du, dass wir, oder falls du die letzten Videos verfolgt hast, ich verlinke hier oben die Playlist. Wenn du sie nicht gesehen hast, haben wir uns eigentlich mit Kuriositäten der verschiedenen Pyramiden beschäftigt. Das fing mal an, ganz anfangs, mit der hier, also mit der Cheops-Pyramide. Da hatten wir uns dann zum Beispiel angesehen, was der Christopher Dunn als Ingenieur dazu so sagt und wie er eben die Cheops-Pyramide ja Back-Engineering mäßig versteht als technisches Bauwerk. Das war eine Sache, die wir uns angesehen haben. Die letzten Videos haben wir uns mit der Stufen-Pyramide beschäftigt und haben halt gesehen, okay, kuriose Gangsysteme, großer Raum da drin. Da gibt es die Theorie von Joffrey Drum, der sagt, das war eine chemische Produktionsanlage einer Vorgängerkultur noch vor den dynastischen Ägyptern. Das ist noch älter. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wenn das stimmt, wenn hier jetzt in der Pyramide sozusagen ein Biogasreaktor war, was nicht kompliziert ist, die Technik, also um Methan zu erzeugen, was macht man mit dem Methan? Und seine Theorie ist, dazu noch ein Bild, dass die Pyramiden, wie wir sie kennen, mit diesen sehr unterschiedlichen Gangsystemen. Nochmal zum Vergleich. Also hier Gangsystem der Cheops-Pyramide. So sieht da das Gangsystem aus. Gangsystem der Stufen-Pyramide, der Djoser-Pyramide. Da sieht das Gangsystem so aktuell aus. Und jetzt nehmen wir mal das Gangsystem der roten Pyramide, mit der wir uns jetzt beschäftigen. Das haben wir hier. Und wenn ich hier so ranzoome, dann siehst du, naja, das Gangsystem sieht schon wieder anders aus. Also hier haben wir rechts den Eingang. Der geht dann runter. Gucken wir uns nachher auch genau an. Dann sind hier so drei Kammern. Das ist dann alles, was man da gefunden hat. Vielleicht gibt es noch andere Zugänge. Aber das ist eben das, was bekannt ist. Also so, so und so. Komplett unterschiedlicher Aufbau, den wir hier so haben. An Gängen und an Räumen, die da angeordnet sind. Und Joffrey Drum vertritt eben die Theorie, dass diese Bauwerke so unterschiedlich sind. Nicht, weil die Pharaonen sich immer überlegt haben, ich möchte meinen Grab aber anders haben. Sondern weil es sich in Wirklichkeit um technische Bauwerke handelt, die im Grunde genommen wie in chemischen Prozessen verschiedene Reaktionskammern darstellen. Also wenn chemische Prozesse ablaufen, braucht man unterschiedliche Gefäße für unterschiedliche Funktionen, wo unterschiedlicher Druck oder unterschiedliche Temperaturen herrschen müssen manchmal. Also Sachen gemischt werden. Da ist halt die Frage, die rote Pyramide, kann das die Fortsetzung sein eines chemischen Prozesses, der bei der Stufenpyramide Methan erzeugt hat? Was könnte man damit machen? Das ist seine Theorie. Aber wie gesagt, jetzt wollen wir uns mal ansehen, ja, wie ist denn das überhaupt im Mainstream? Also spricht da nicht alles Mögliche dagegen? Weiß man nicht schon in- und auswendig alles über die rote Pyramide. Und deswegen machen wir folgendes. Nehmen uns einfach so die Standardquelle für Mainstream-Ansichten. Und zwar Wikipedia, wo immer alles zusammenläuft, was halt der aktuelle wissenschaftliche Mainstream ist. Seitentheorien, Theorien, die anders gewertet werden, so Ausnahmetheorien, die kommen da immer nicht gut weg. Deswegen bleiben wir hier einfach mal kurz bei dem Artikel. Und ja, kommen zu der Frage Vermutungen oder Fakten. Also das ist so das, was wir uns jetzt hier anschauen möchten in dem Wikipedia-Artikel. Ich habe hier Dinge gelb markiert, das siehst du hier. Und das habe ich mal wieder gemacht, so ein bisschen wie bei der Kiobs-Pyramide, um einfach zu schauen, hier in diesem Artikel geht es da auch um Vermutungen. Und wenn ja, wie oft, also so Wörter wie vermutlich möglicherweise anscheinend und so weiter oder deuten darauf hin, kommt sowas hier vor. Hier auf der rechten Seite ist der Steckbrief, was der Mainstream sagt. Also die Bauzeit 2640 bis 2620 vor Christus von dem Pharao Snorferu. Das ist so die Sache, die wir hier finden. Die Maße sind hier angegeben, kommen dann nachher auch noch auf ein paar Punkte. So, erste Sache, die wir hier haben. So, das nehme ich raus jetzt, die Snorferu-Suche. Also hier haben wir das erste Gelbe, was ich mir markiert hatte. Und ich mache es nur auszugsweise. Wenn es dich interessiert, lies den ganzen Artikel. Hier steht, dass das Bauwerk während der vierten Dynastie im Alten Reich errichtet wurde und diente ihm Snorferu vermutlich als Grabmal. Okay, also hier fängt der Artikel schon an. Es ist eine Vermutung, dass es ein Grabmal war. Interessant. Wir gucken mal weiter. Die Erforschung der Pyramide hier. Hier haben wir einen Hinweis, dass im Jahr 1970 eine Vermessung erfolgte. Und da steht dann, dass eine erste Vermessung, da war doch, sie konnten jedoch die Grabkammern nicht erreichen, da sie über keine passende Leiter verfügten. Gucken wir uns nochmal hier kurz an. Also wenn man hier die Pyramide runterkommt, ups, weil er durch diesen Gang hier runterkriecht, der ist nämlich nicht Stehhöhe, kommt man in die erste, zweite Kammer und hier oben, dieser Gang hier, siehst du das? Also hier, ne? Da braucht man natürlich hier eine Leiter, weil die so sieben, acht Meter halt über dem Boden ist. Hatten die nicht, sie sind 1700 und noch was. Also erstmal interessant, wieder so zu bauen, wenn man sagt, das war ein Grabmal. Warum dann hier solche komischen Verbindungen? Also kleiner Hinweis hier im Wikipedia-Artikel. Die hatten keine Leiter, kamen da nicht hoch. Dann hier auch interessant. Eine erste systematische, gründliche Untersuchung erfolgte erst 1982 durch Rainer Stadelmann. Und hier steht auch noch, der Pyramidenkomplex lag bis Mitte der 90er Jahre, 1990er, im militärischen Sperrgebiet. Deswegen war da halt eine archäologische Forschung auch nicht möglich, ne? Lange Zeit. Also davor war es möglich, aber hier ausführlich erst durch Stadelmann. Und dann konnte man lange wieder nichts machen. Also davor konnte man lange nichts machen. So rum. Nächster Hinweis. Wie gesagt, wir rattern hier nur durch, ne? Also hier geht es um die Zuweisung der Pyramide zu Snothru. Diese Zuordnung konnte bestätigt werden, da im Bereich des Totentempels Verkleidungssteine gefunden wurden, die in Schriften darunter auch den Königsnamen Snothrus tragen. Okay. Also interessant. Im Totentempel, da hat man das gefunden. Gucken wir uns nachher nochmal an. Das ist hier, also der Außenbereich jetzt, ne? Nicht im Innern der Pyramide hat man jetzt keine Schriftzeichen gefunden, sondern hier, ne? In diesem Bereich, da hat man dann halt Hieroglyphen gefunden. Von Snothru kann natürlich auch später, wenn das Bauwerk später mal anders genutzt wurde, können auch Nachfolgegenerationen oder Kulturen Hieroglyphen hinterlassen, ne? Das ist klar, wenn ich heute in einer alten Ruine einen Kronkorken finde, dann sage ich auch nicht, dass Warsteiner die Ruine erbaut hat, ne? Also ist klar, dann hat da jemand später was hingeschmiert, hingeschrieben, fallen gelassen und so. Die Burg ist natürlich älter dann. Also das dazu. Bauumstände der Pyramide haben wir hier. Also hier steht auch, mit dem Bau der Pyramide wurde wahrscheinlich im 29. oder 30. Jahr der Regierungszeit des Snothru begonnen, ne? Dafür spricht eine hieratrische Inschrift auf einem der Fundamentblöcke, die auf das Jahr der 15. Viehzählung verweisen, welche durch unter Snothru wohl zweijährlich vorgenommen wurde. Also auch wieder an einem Fundamentblock, also außerhalb der Pyramide, ne? Nicht jetzt, also Fundamentblöcke jetzt wieder hier irgendwie außen was, ne? Da hat man Inschriften gefunden, die auf Viehzählung hinweisen. Okay, auch interessant. Das heißt, der König, vermeintliche Pharao, ne? Also der Pharao Snothru, den es schon gab, der hat also einen Grab bauen wollen und hat dann außen auf der Pyramide die Viehzählung vermerkt. Und deswegen sagt man, also das ist so der Hinweis auf die Bauumstände, diese Hieroglyphen mit den Viehzählungen. Okay, hier steht auch nochmal allerdings ein Zwei-Jahres-Zyklus bei der Viehzählung nicht umstritten. Also da geht es halt auch ein bisschen darum, dass, naja, da halt kleine Ungereimtheiten in der ägyptologischen Mainstream-Ansicht sind, ne? Das ist jetzt hier nicht bei denen die Frage, dass sie sagen, das weicht um Jahrtausende ab, weil sie ordnen diese Inschriften über die Viehzählung dann, das setzen sie gleich mit dem Bau der Pyramide zeitlich. Wie gesagt, könnte ja auch später jemand draufgeschrieben haben. Das Bauwerk stand schon und ich schreibe später was drauf, so Graffiti-mäßig. Nur so als Option. Trotzdem, also das haben wir dazu. Genau, hier haben wir noch was über den Winkel. Genau, Seitenflächen, ein konkaver Knick wird hier erwähnt und dann die Aussagen, dies sollte möglicherweise die Stabilität der darauf angebrachten Verkleidung verbessern. Genau, also auch nur da wieder ein kleiner Hinweis, ne? Upsala, das wollte ich nicht. Also eine kleine Unwahrscheinlichkeit, kleine Möglichkeit. Die Substrukturen, da wird jetzt hier drauf eingegangen. Na, ich hoffe, du kannst das hier mitlesen. Ansonsten, wie gesagt, Wikipedia-Artikel, ich verlinke das alles unten drunter auch. Das kannst du dann selbst lesen. Okay, dann steht hier, Substruktur, alle Gänge und Kammern der roten Pyramide liegen oberhalb der Pyramiden Grundflächen im gemauerten Kern. Sie ist die erste und auch einzige Pyramide, die keinerlei unterirdischen Gänge besitzt. Der Grund mag in einer zunehmenden Identifikation des Königs mit dem Sonnengott Reh liegen. Allerdings ist auch aus rein praktischen Gründen eine Beschleunigung der Arbeiten an der Pyramide durch den Verzicht auf eine unterirdische Komponente denkbar. Obwohl die Kammern oberirdisch sind, sind sie auf einer flachen Ausschachtung von etwa zehn Meter Tiefe aufgemauert. Also auch hier wieder interessant, ne? Da gibt es jetzt keine unterirdischen Kammern, wie jetzt zum Beispiel hier bei der Stufenpyramide, ne? Oder bei der Cheops-Pyramide haben wir hier unten die Felsenkammer. Siehst du die? Ne, siehst du gar nicht. Also hier unten, ne? Felsenkammer noch. Das ist bei der roten Pyramide nicht. Und interessant, wie deutet man es natürlich wieder religiös, dass der König sich mit dem Sonnengott Reh mehr identifiziert. Deswegen hat das anders gebaut, ne? Also das ist halt die kulturell-religiöse Bedeutung oder Deutung von diesem Bauwerk, die da natürlich dann immer einfließt, ne? Nicht eine technische. Das ist wie gesagt eine Sache, die wir uns dann später anschauen werden. Wahrscheinlich im nächsten Video. Gucken wir weiter. Okay, hier haben wir ein, ähm, auch noch eine Vermutung. Hier zum absteigenden Gang. Am Fußen des absteigenden Gangs befindet sich ein kurzer Schacht, der vermutlich das Eindringen von Regenwasser in die Kammern während des Baus verhindern sollte. Von dort führt eine kurze horizontale Passage in die erste Vorkammer. Fallsteinsperren sind nicht vorhanden. Auch interessant. Also da, wo man bei anderen Königen gesagt hat, bei Kiobs zum Beispiel, diese Fallsteine, diese Vorkammer zur Königskammer, das wäre so eine Sicherung vor Grabräubern. Das hat hier, der ist noch froh scheinbar, nicht beim Bau sich gedacht, dass er sowas auch braucht. Okay, hier noch ein wichtiger Hinweis. Überreste eines Sarkophags sind nicht gefunden worden. Okay, interessant. Wenn es ein Grab ist, also vermutlich, stand ja auch anfangs. Nicht ganz klar. Ja, dann haben wir hier eben die letzte Kammer. Die Kammer war bei ihrer Wiedereröffnung durch Pairing teilweise mit Kalkstein vermauert, der vermutlich aus einer Restaurierung der Ramses. Ja, Ramses-Zeit stammt. Also da wurde später auch irgendwas noch gebaut, später was gemacht in der Pyramide. Ist wieder, ich übernehme eine alte Burg. Na, dann kann ich da auch Dinge umbauen. Bei der Räumung der Kammer im Jahr 1950 durch Hussein wurden sowohl die Vermauerungssteine als auch lose Steine des Bodenbelags entfernt und gingen undokumentiert verloren. Nach Untersuchungen durch Stadelmann konnten keine Erkenntnisse zu Überresten des ursprünglichen Kammerinhalts mehr erbringen. Ja, zu dieser letzten Kammer hier, zu dieser Kammer. Da sieht es nämlich wild drin aus. Das gucken wir uns gleich genauer an, wie es da aussieht. Ah, hier haben wir schon ein Bild. Kann ich es direkt zeigen. So sieht es nämlich da aus. Ja, und da gibt es noch eine Besonderheit, also eigentlich mehrere Besonderheiten. Kommen wir auch noch zu. Okay. Dann steht hier, der Pyramidenkomplex hatte keine Kultpyramide, im Gegensatz zu anderen. Also so kleine Pyramiden daneben. Da steht hier, möglicherweise wurden dieses Element ausgelassen, da die nahegelegene Knickpyramide deren Funktion als symbolisches Südgrab übernommen hatte. Jetzt wieder möglicherweise. Dann haben wir hier, Überresten des Aufwegs sind bisher nicht gefunden worden, obwohl ein solcher zwischen Tal und Totentempel sicherlich eingeplant war. Möglicherweise ist dieser nicht mehr fertiggestellt oder gar nicht begonnen worden. Okay, dann gibt es eine Umfassungsmauer. Um die geht es jetzt hier. Genau, da gibt es dann den Lehmziegelbau. Da steht der genaue Zweck des Gebäudes, das ließ sich bislang nicht ermitteln, aber ein Zusammenhang mit dem Herrscherkult ist naheliegend. Das ist wieder eine, wie gesagt, ich führe hier nochmal auf, wo so Fragezeichen sind im Mainstream. Totentempel, das ist dieses kleine Gebäude. Ich zeige es nochmal ganz kurz hier in der einen Grafik. Ist ja ganz schön. Wo haben wir sie? Hier haben wir es, ne? Also hier Umfassungsmauer außen, ne? Dieses Ding, Umfassungsmauer. Relativ klar. Und hier haben wir jetzt eben wieder die verschiedenen Gebäude, die Strukturen, die da so gefunden wurden, ne? Um die geht es. Ups, da, wieder zurück. Genau, wieder zurück. Wo waren wir? Da, Umfassungsmauer. Totentempel. Da steht hier, die Höfe nördlich und südlich des Tempels weisen kreisrunde Vertiefungen auf, die vermutlich einst als Pflanzengruben oder zur Aufnahme von Opfergaben dienen. Also man weiß es halt da auch nicht ganz genau. Kann ja auch sein, ne? Also, dass wenn dann, selbst wenn das Gebäude mal technisch genutzt wurde früher, was ganz anderes gewesen sein sollte, Hypothese, warum sollte das nicht eine spätere Generation sich als Tempel irgendwie einverleiben und da ein Tempel draus bauen und da auch Pflanzen reinsetzen, ne? Klar. Dann geht es hier nochmal um den Taltempel und die Stärke der Mauer. Offene Fragen. Das jetzt einmal. Offene Fragen laut Wikipedia-Artikel. Damit der Abschluss zum Wikipedia-Artikel. Die Rote Pyramide wird allgemein als der wahrscheinlichste Bestattungsort Snorfrus angesehen, doch kann das nicht mit Sicherheit geklärt werden, da in keiner der drei Snorfrus zugeschriebenen Großpyramiden ein steinerner Sarkophag nachgewiesen werden konnte. Falls die Rote Pyramide das Grabmal war, ist ebenfalls noch ungeklärt, weshalb dort keine Verschlussmechanismen eingebaut waren, wie sie vor der oberen Kammer der Knickpyramide vorhanden waren. Zu der kommen wir auch noch später, ne? Die in den 1950er Jahren in der Roten Pyramide gefundenen Mumienreste konnten Snorfrus nicht zugeordnet werden und stammten mit großer Wahrscheinlichkeit aus einer nachträglichen, nicht mit Snorfrus in Zusammenhang stehenden Bestattung. Also wieder der Hinweis, die Pyramiden, wenn da so ein Riesenbauwerk steht, natürlich kann eine Generation später oder viele Generationen später diese Pyramide genutzt werden. So wie sie heute als touristischer Spot genutzt wird. Aber niemand wird jetzt sagen, ja, weil wir da Tourismus betreiben oder Ägypter da Tourismus betreiben und die Leute da hingehen und sich das angucken und man da vielleicht viel Geld mitverdienen kann in bestimmten Sachen, wie bei der Cheops-Pyramide eintritt und so. Deswegen wird ja niemand dann heute sagen, ja, deswegen muss die heute gebaut sein, weil sie genutzt wird. Sie wurde übernommen, wie mit den Burgen und so, schon gesagt. Also wir merken hier in dem Mainstream, in der Zusammenfassung von, ja, Quellen, die ja auch hier unten immer angegeben sind, die Quellen dazu und Forschungen, die eben stattgefunden haben, in dieser Mainstream-Theorie gibt es Fragezeichen. Sogar bis dahin, dass man nicht mehr weiß, ob es als Grab überhaupt genutzt wurde und so. Selbst da ist ein Fragezeichen. Also, ja, ich habe hier auch nichts gefunden dazu, warum jetzt hier sozusagen diese drei Kammern so gebaut wurden, wie sie hier gebaut wurden. Welche vermeintliche Symbolik steht denn dahinter? Warum wurde das so gemacht? Was war denn da drin? Also Fragen, die sich da einfach auftun zu dieser jetzt hier von anderen Pyramiden verschiedenen Konstruktion dieser Kammer-Systeme. Okay, wir können ja mal einen Blick in die Pyramide wagen und dazu nehme ich dich jetzt erstmal noch nicht mit hin zum Fledermaus-Pipi, das gucken wir uns danach dann an, aber hier mal ein Video. So sieht es aus, wenn man da runter geht, in diesen absteigenden Gang. Noch einmal hier, dass man das siehst, absteigender Gang, der führt von außen rein. Da geht man runter, kommt in die erste Kammer, die zweite und die dritte Kammer und so sieht das dann eben aus. Da war ich vor einigen Jahren mal gewesen und ja, habe da ein bisschen gefilmt. Wir haben gleich noch Bilder, aber da siehst du eben auch diese Kracksteindecke, also dieses Krackgewölbe, was oben zusammen geht, immer enger wird, was wirklich abgefahren ist. Übrigens eine schöne Akustik da drin auch wieder, da schallt es schön. Und diese Riesensteine, die halt verbaut wurden, um die Kammer da zu bilden, also das ist natürlich auch faszinierend. Ja, also hier, überall diese Riesenfelsklötze, diese Riesengranitblocks. Und hier ist dann der Durchgang und der ist jetzt auf, naja, so Brusthöhe oder sowas. So bei 1,20 oder so. Ich glaube, die Maße haben wir gleich nochmal. Da muss man dann durchgehen. Hier, wie gesagt, siehst du nochmal die Riesenblöcke, die da verbaut sind. Das Krackgewölbe. So sieht es da halt aus. Ja, das ist der Blick aus der zweiten Kammer zurück, durch den Durchgang da halt. Also zweite Kammer, wieder das Gleiche. Die Decke sieht eben identisch aus, wie wir es auch auf den Zeichnungen, auf der Animation gerade gesehen haben. Und jetzt hier an der Wand, wo die mit der Leiter, also wo sie keine Leiter hatten, um da hochzukommen, da ist halt jetzt in der Moderne eine Treppe reingebaut worden. Die war aber ursprünglich nicht da. 1700 noch was, hatten wir vorhin gelesen. Das heißt, die Treppe läuft man hoch, um dann in die dritte Kammer reinzukommen. Also, ja, da kann man nicht eben mal einfach irgendwie die Wand hochklettern, weil die ist halt wirklich glatt. Das sind alles diese dicken Steine. Da kann man nicht mal eben irgendwie hochkraxeln. Braucht man halt eine Hilfe oder wie hier die Treppe. Genau, gehen wir mal da durch. So, da ist dann der Durchgang in die dritte Kammer. Und schön Geländer reingebaut. Das war natürlich ursprünglich auch nicht da. Genauso wie die elektrische Beleuchtung. Die war da auch nicht. Wird ja klar sein. So, und hier haben wir jetzt unten halt diesen ganzen Schutt, der da rumliegt. Wahnsinnig große Steine. Warum auch immer. Also, was da gewesen sein mag, stand ja auch vorhin im Artikel, dass da auch Sachen möglicherweise weggekommen sind. Genau, auch wieder halt die gleiche Konstruktion. Und was jetzt eine Besonderheit ist in dieser Kammer, das war schon in der ersten und zweiten Kammer zu merken. Das wurde immer stärker, je näher man dieser dritten Kammer kam. Und zwar ist in dieser dritten Kammer ein ganz starker, intensiver, unangenehmer Geruch. Und zwar nach Ammoniak. Also, das ist wirklich intensiv in dieser dritten Kammer. Das ist nicht angenehm, aber das stinkt da. Ganz intensiv nach Ammoniak. Das findet sich im Wikipedia-Artikel, außer ich habe es überlesen, aber ich meine, da kam das nicht vor. In dem Artikel, den wir uns gleich noch ansehen, wird eine vermeintliche Erklärung dazu gegeben, die aber auch geprüft werden müsste. Also, warum riecht es in dieser dritten Kammer so stark nach Ammoniak? Womit kann das zu tun haben? Kuriosität. Hier nochmal, vielleicht auch ganz interessant, diese Fugenbreite, also diese Steine, die da versetzt wurden, wie eng die aneinander gesetzt wurden. Da passt keine Rasierklinge dazwischen. So gut sind die verbaut. Deswegen hatte ich das da nochmal aufgenommen, um das zu zeigen, dass wirklich diese Fugenbreite, das ist Wahnsinn. Also, wie, in welcher Perfektion diese Sachen da zusammen sind. Da müsste man sich jetzt auch fragen, warum wurde das so verbaut in so einer Perfektion? Wie wichtig war das? Auch hier, hier siehst du es nochmal. Also, hier, wie dünn da die Fuge ist. Das sieht so aus, als würde der Stein hier eigentlich nur ineinander übergehen. Aber tatsächlich ist, ja, da sind das zwei Steine hier, die da in dieser dünnen Fuge, manchmal kaum sichtbar, dann aneinander geraten oder aneinander gesetzt wurden, verbaut wurden. Ja, so sieht es da aus. Das mal als Video zu dieser Geschichte hier. Sehr interessant, sich das mal anzusehen, live vor Ort. Und damit soll das jetzt hier auch mit dem Video reichen. Damit können wir nämlich zurück und zwar nicht in den Wikipedia-Artikel, wo wir schon waren, sondern jetzt kommt es zu der Thematik Fledermaus, Pippi und Pyramidion. Ich dachte mir nämlich, als zweite Quelle mal jemanden mit reinzunehmen, den Keith Hamilton. Keith Hamilton hat die verschiedenen Pyramiden untersucht, beziehungsweise hat die Angaben, Daten und Fakten, die man dazu hat, verglichen und dazu halt eigene Arbeiten entworfen. Er schreibt hier schon a layman's guide. Also das ist jetzt auch kein Berufsarchäologe, Berufsägyptologe. Aber du kannst die Sachen auch dir kostenlos ansehen. Links sind, wie gesagt, unten drunter. Es ist halt hier in aller Ausführlichkeit Ausführlichkeit zusammengefasst, was so die aktuellen Mainstream-Theorien dazu sind und auch welche Abweichungen es gibt. Und dieser Keith Hamilton, der hat jetzt nicht so eine total crazy Theorie, dass das halt chemische Produktionsanlagen sind, sondern der trägt einfach zusammen, was halt der egyptologische Mainstream ist und zeigt einfach da ein paar Ungereimtheiten auf. Deswegen dachte ich mir, es ist gut, ihn noch mit reinzunehmen. Und ja, was gucken wir uns da mal an? Wir schauen uns, gehen mal die Seiten hier durch bei ihm, weil wir hier und da auf ganz interessante Punkte stoßen, wenn er den, ja, dieses PDF für dich selbst durcharbeitet, wir es auch merken. Übrigens kommt manchmal zwischendurch hier M und R vor. Hier haben wir es, also M und R hier, diese Abkürzung, das werde ich nachher nur noch als M und R vorlesen, also Abkürzung hier generell, weil das waren italienische Forscher Maragio, Cilio und Rinaldi, wie auch immer, die 1960 da eben auch intensiv geforscht haben. Also deswegen M und R, nur das vorab, das werde ich nicht immer aussprechen. Wir springen zur Seite 4, so hier. Und vorher spricht er über die Abmessungen der Pyramide, also über Maße, genau, die halt da genommen wurden, äußeren Maßen der Pyramide. Und dazu sagt er abschließend, weil er hier verschiedene Leute zitiert, da sagt er dazu, dies ist nur ein Beispiel, ein Beispiel für die Verwirrung, die die äußeren Abmessungen dieser Pyramide umgibt. Man kann nur hoffen, dass künftige Erkundungen mit modernerer Technologie diese Unklarheit endlich beseitigen können. Also interessant, wie gesagt, war mal ein militärisches Sperrgebiet. Das heißt, er sagt jetzt 2017, wir haben noch nicht mal die genauen Außenmaße bei der Roten Pyramide. Da gibt es Abweichungen in den verschiedenen Ägyptologen, in den Angaben, die sie gegeben haben. Ja, also das ein ganz interessanter Fakt. Hier haben wir einen längeren Absatz, das möchte ich mal vorlesen, und zwar zu dem Schlussstein der Pyramide, der oben, eigentlich ganz oben die Spitze bildet. Das muss ja eine kleine Pyramide dann noch sein. Das ist das sogenannte Pyramidion. Da schreibt er, Das vermeintliche Pyramidion der Roten Pyramide wurde 1982 vom Deutschen Archäologischen Institut in Kairo entdeckt. Es wurde inmitten von Trümmern auf der Ostseiten der Pyramide gefunden und war in viele Fragmente zerlegt. Wie Robert Buval in seinem Artikel The Pyramidion of the Shure vom 14. Mai 2016 darlegt, herrscht jedoch Verwirrung um dieses Pyramidion. Nach der ersten Rekonstruktion wurden das Pyramidion mit einer Höhe von 100 cm und einer Basis von 157 cm, also 3 L angegeben. Diese Maße stimmen nicht mit dem äußeren Winkel, Gehäusewinkel, schlecht übersetzt hier, also mit dem äußeren Winkel der Pyramide überein, sondern ergeben einen Winkel von 51 Grad, der näher an dem Gehäusewinkel liegt, also in äußeren Winkeln, die zum Beispiel in Maidun und der großen Pyramide angezeigt werden, gesehen werden. In Buvals Aufsatz führt er Beispiele von Stadelmann an, der das Pyramidion ebenfalls mit einem Winkel von 45 Grad beschreibt, ebenso wie Hawass. Sahi Hawass war der Leiter der Altertumsverwaltung in Ägypten über sehr viele Jahrzehnte. Um weitere Verwirrung zu stiften, zitiert er Corinna Rossi in einem Artikel, die das Pyramidion mit 54 Grad angibt. Was auch immer der wahre Winkel des Pyramidions ist, ich kann nur hinzufügen, dass das derzeit rekonstruierte Pyramidion auf der Ostseite der Pyramide ausgestellt ist, sicherlich nicht 45 Grad beträgt. Also, auch hier wieder kurios, man findet da ein Pyramidion, so diesen Schlussstein, und jetzt hat man nicht die genauen Abmessungen davon. Warum? Also, woher kommt das, dass, ja, dass da jetzt eine Unklarheit ist, wie dieser Schlussstein eben oben ausgesehen hat. Also, wo er das hier mal zeigt, dass der, den man jetzt hat, eigentlich die falschen Maße hat. Der geht also hier in einem anderen Winkel weiter, hier so gesehen, also dieses Pyramidion. Und wo einfach die Frage ist, ja, welche Maße hatte das Pyramidion, warum, warum hat man es nicht? Kurios. Und eine weitere Kuriosität dazu ist, also angenommen, die Maße hier würden stimmen, also die Höhe von einem Meter und die Basis von einem Meter 57, drei Ellen. Wenn das stimmen sollte, wenn das Pyramidion, was da gefunden wurde, das ursprüngliche, diese Maße gehabt haben sollte, wäre das unglaublich verrückt. Also das wäre sehr, sehr, sehr merkwürdig. Warum? Weil dieses ein Meter, das metrische Maß, wir messen heute mit Metern, die frühen Ägypter dann halt, die hatten Ellen, da gab es keinen Meter. Der Meter wurde sozusagen 1700 noch was festgelegt. Wann war das nochmal Urmeter, hatte ich mir rausgesucht. genau 1791, am 26. März 1791 beschloss die verfassungsgebende Versammlung in Paris auf Vorschlag der Akademie der Wissenschaften die Einführung einer universellen Längeneinheit. Das neue, noch nicht Meter genannte Längenmaß soll der zehnmillionste Teil des Erdmeridianquadranten, also Strecke vom Pol zum Äquator sein. Strecke Pol-Äquator durch Paris durch zehn Millionen gleich ein Meter. Das hat man 1791, so hat man den Meter sozusagen festgelegt, hat einen Meter erfunden, sag ich mal. Hat sich auch immer weiter verändert, kam zweite Uhrmeter, dritte Uhrmeter, heute macht man das anhand von Wellenlängen, die Maße werden da festgelegt, egal, lange Geschichte. Wenn aber das Pyramidion diese Maße von einem Meter gehabt haben sollte, wäre das kurios, weil dann eine Höhe da zufällig erreicht wird, kann natürlich Zufall sein, aber dann wäre da eine Höhe, die erst 1791 eigentlich anhand des Erdumfangs bestimmt wurde. Da hat man sich eigentlich festgelegt, einen Meter nach dem Erdumfang festzulegen. Und das metrische Maß, wie gesagt, war bei den Ägyptern nicht bekannt. Also, meine persönliche Vermutung ist ja, dass das Pyramidion, was da nachgebaut wurde, diese Rekonstruktion, dass das einfach nicht die richtigen Maße sind. Dass man da halt gesagt hat, naja, mach einen Meter hoch. Also, das wäre für mich die einfachste Erklärung. Keine Ahnung, kannst du ja mal sagen, was du denkst? Oder vielleicht hast du dazu auch einen interessanten Punkt. Also, vielleicht hast du interessante Informationen zu der Thematik Maßeinheiten im früheren Ägypten, antike Kulturen oder so, auch zumindest sehr spannende Themen. Woher kommt sowas wie Meter heute? Woher kommt die Sekunde? Woher kommt die Kreiseinteilung in 360 Grad? Solche Sachen, spannende Themen. Okay. Also, jetzt machen wir hier in dem Artikel beim Pyramidion. Gut. Gehen wir mal weiter. Weiter. Ja, hier schreibt er das nochmal. Ja. Da brauchen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen. Seite 6 bis 12 sind hier so Fragen zum Bau und der Lebensdauer Snofroos. Die werden hier so gestellt. Hier sind auch ein paar Bilder dann noch. Genau. Seite 13. Ab hier geht es jetzt um den Eingang in die Pyramide. Und ja und auch um die unteren beiden Kammern so hier zeige ich dir nochmal ein Bild was er jetzt hier als technische Zeichnung auch mit drin hat. Das hier also hier sieht man nochmal die Abmessungen der Kammern hat er hier genau aufgeführt und hier einfach nochmal ein schönes Bild wie es da drin aussieht. ich denke das kann man hier gut sehen oder gerade eben auch in dem Video hast du es gesehen aber so ist es halt ein bisschen hübsch nochmal dargestellt hier. Also alles in seinem Artikel zu finden deswegen gute Artikel sehr interessant ja wo sind wir Seite 19 also hier haben wir die Bilder hier ist nochmal der Eingang hatte ich auch gerade im Video gezeigt wie es aussieht wenn man darunter geht ja hier war dann diese komische Nische wo in Wikipedia sagt vielleicht für Regenwasser vielleicht aber auch für was anderes das kann man sich dann eben auch die Frage stellen wofür war das hat er hier mal rekonstruiert wie es vielleicht ausgesehen haben könnte so oder so oder so so drei Optionen und wofür war genau ja jetzt gucken wir uns hier die Kammern nochmal an also hier nochmal als schönes Foto ich kann dich auch mal ganz kurz hier in die andere Ansicht nehmen so dann haben wir es nochmal ein bisschen größer also dass du einfach nochmal die Kammern von innen ansehen kannst wie die da aussehen schau das ich jetzt hier halt an hier nochmal die Decke so und wenn du jetzt schon mal hinguckst vielleicht fällt dir was auf also was wir jetzt hier schon langsam haben so also wenn du mal zum Beispiel hier so schaust das sind überall so schwarze Flecken ne die auf den Steinen zu sehen sind da so wird gleich noch mehr so hier haben wir es auch also auch hier wieder hier hinten ne überall so ja sind die Steine da so schwarz oben hier ist auch wieder was zu sehen ne also das ist jetzt hier noch von den unteren beiden Kammern eine ne die zweite Kammer genau ne ja auch auch hier wieder so schwarze Ablagerung hier irgendwie naja was weiß ich Löcher oder was auch immer das war genau hier schreibt er nochmal die zweite Kammer wird durch einen Korridor erreicht der die südwestliche Ecke der ersten Kammer verlässt wo man da durchkriechen musste ne dieser Korridor ist laut Pering 3,15 m lang während M&R die Westwand mit 3,17 m und die Ostwand mit 3,19 m angehen die Höhe und Breite gibt Pering mit der des ersten horizontalen Korridors an die monolithischen Steine über den Eingängen weisen Risse auf wie auf den Bildern zu sehen ist dieser Korridor mündet in die nordöstliche Ecke der zweiten Kammer die Pering als genau gleich beschreibt haben wir mal gesehen mit der Ausnahme dass sie von Norden nach Süden etwa 2 Zoll kürzer ist also das sind hier so die Maße die da ne die Leute festgestellt haben so sieht es dann nochmal aus wie man von oben runter guckt ok hier übrigens nochmal interessant die Kammer wurde hier zwischenzeitlich wiederhergestellt also rekonstruiert nicht wiederhergestellt nicht rekonstruiert sondern ja renoviert könnte man sagen gereinigt das siehst du hier ganz gut und zwar auf ganz alten Aufnahmen sieht man nämlich dass hier diese schwarze Patina diese die nach oben immer schlimmer wird dass die auch auf den unteren Steinen noch schwächer drauf gewesen ist aber hier siehst du so einen knallharten Schnitt und da hat wohl eine Reinigung stattgefunden der Steine mal weil wie gesagt auf alten Aufnahmen ist das hier unten weiter zu sehen hat mich auch mal jemand in einem anderen Video drauf hingewiesen auf alte Aufnahmen vielen Dank dafür an der Stelle du weißt wer du bist wenn du das hier hörst dass du gemeint bist meine ich jetzt also interessant einfach hier warum wird in diesen Kammern nach oben hin diese schwarze Patina immer dunkler das könnte man sagen sind das einfach Rußspuren wurde das mal irgendwie untersucht wenn es Rußspuren sind warum sind die hier in so einer Linie auch gucken wir uns gleich auch nochmal an oder ist das was anderes gibt es dazu chemische Analysen wäre doch interessant wenn das mal chemisch untersucht wurde hier noch ein Zitat Pairing stellt fest jetzt zu der zweiten Kammer an seinem Ende und auf einer Höhe von 7,71 Meter über dem ursprünglichen Boden führt ein Gang also 7 Meter 1,8 Meter hoch wo dieser Gang zur dritten Kammer kommt führt ein Gang von 3 Fuß und 5,5 Zoll Breite über 23 Fuß also über 7 Meter 7,3 Meter nach Süden zu einer dritten Kammer deren Boden bis zu einer Tiefe von 14 Fuß hochgezogen worden war der Boden des oberen erwähnten Gangs war ebenfalls angehoben worden wahrscheinlich um die Entfernung der großen Blöcke aus der inneren Kammer zu erleichtern also innere Kammer kommen wir jetzt rein stehen hier nochmal die Maße eine Länge von 8,35 Meter Weite von 4,18 Meter bis zum ersten Krack Einschluss oder wie das da heißt 3,69 Meter und dann bis 14,67 Meter geht die Kamera komplett nach oben hier haben wir es wieder das ist also die dritte Kammer und hier ist jetzt auch der Boden also unglaublich wie es da aussieht da wäre auch die Frage was ist da sind da noch Schächte drunter ist da irgendwas drunter gewesen weil ja wie man merkt aus den ganzen Berichten und den Abweichungen auch in Abmessungen und so ist hier längst nicht alles untersucht hier übrigens wieder schwarze Ablagerung hier wie in einer Linie geht das so nach unten weg also sieht hier auch wieder ja merkwürdig aus kommen wir gleich nochmal zu hier nochmal ein Bild davon ja die Steine unten ja hier noch ein Zitat M und R schlugen vor vielleicht haben die Architekten hier keinen Sarkophag verwendet sondern ein Loculus eine Nische in das Pflaster gebaut und ihn mit einer Steinplatte bedeckt die Plünderer dachten bei ihrer Suche wahrscheinlich dass unter dem Loculus Schätze verborgen wären und zerstörten aus diesem Grund das Pflaster und Gruben tief in das darunter liegende Mauerwerk ein also Idee eben von den Italienern war das hier dieses Durcheinander wurde von Grabräubern verursacht weil vielleicht die einfach nur eine Vertiefung war und kein Sarkophag und die gedacht haben jetzt müssen wir alles aufbuddeln müssen wir jetzt komplett reingucken was da drin ist also das ist eine Theorie von Ägyptologen die das untersucht haben ja hier nochmal der Durchgang was ich auch im Video gezeigt habe ein Bild suche ich noch wo haben wir es hier hier sieht man es nämlich nochmal ganz hervorragend diese Ablagerung jetzt auch hier in der letzten Kammer nochmal also hier wirklich wie mit einer Linie gezogen das ist wirklich ziemlich verrückt finde ich also wie das aussieht und naja und dann geht es hier einfach schön nach unten weg du siehst es ja du siehst ja wie es aussieht dazu gibt es eine Theorie da schreibt er nämlich hier auch drüber er sagt hier das ist ein Common Feature also das ist ein gewöhnliches das ist ein Merkmal was da überall auftritt in der Roten Pyramide diese ja schwarzen Streifen die da eben so nach unten rinnen nach unten tropfen was hat es damit auf sich was könnte das sein so dann nüchte ich mal wieder hier zurück in die kleinere Ansicht so da schreibt er nämlich hier I suspect this is caused by bats urinating on the walls also er schreibt hier ich vermute dass das von Fledermäusen ist die an die Wand gepinkelt haben und das klingt vielleicht erstmal wirklich lustig aber das ist tatsächlich so eine Mainstream Theorie also das ist jetzt nicht nur von ihm sondern das wird von vielen eben gesagt naja diese schwarzen Streifen da die sind eben weil die Fledermäuse da alle nebeneinander hingen und alle dagegen gepinkelt haben und dann lief das darunter und dann hat sich das dann irgendwann genauso geformt und die haben es natürlich so genial hingekriegt dass die halt genau auf einer Linie die waren alle auch gleich groß die Fledermäuse haben genau auf einer Linie hier alle dran gepinkelt und das hier halt auf ja auf verschiedensten Steinen komischerweise jetzt nur in der roten Pyramide und Krakgewölbe da zum Beispiel in der Cheops Pyramide haben die Fledermäuse das nicht so gemacht also das ist nur in der roten Pyramide so dass die Fledermäuse so eine Pinkelfigur hinterlassen so eine schöne Zeichnung und ja aber wie gesagt das ist halt trotzdem die Erklärung dafür und das ist auch die Erklärung oder eine Möglichkeit die angeführt wird schon mal warum es in der dritten Kammer so riecht also so nach Ammoniak so ein intensiver Geruch da ist weil es angeblich eben vielleicht von den Fledermäusen ist oder ursprünglich von irgendwie einer Mumie die mal gewesen sein könnte die man aber nie gefunden hat das Kuriose ist dass dieser Geruch tritt in anderen Pyramiden oder Gewölben oder sowas oder ja Bauwerken nicht auf wo man weiß dass da halt auch Filetermäuse drin gewohnt haben also da ist dieser Geruch nicht irgendwie weiterhin präsent und da also da haben wir halt eine Kuriosität was den Geruch und was diese Ablagerung hier angeht auf Seite 39 bis 41 schreibt da übrigens noch was da sind wir gerade drüber gerauscht das lese ich nochmal vor und zwar zu der Thematik Mumien wie sind das jetzt mit Mumien in der Pyramide der Roten laut M&R wurden bei einer Ausgrabung im Innern der Pyramide im Jahr 1915 sehr alte menschliche Überreste und Knochen zahlreicher Tierarten gefunden diese menschlichen Überreste wurden von Batavi untersucht und seine Ergebnisse in ASAE Band 51 veröffentlicht ich konnte diesen Artikel nicht lesen aber aus anderen Quellen geht hervor dass die Überreste zu einem einzelnen Menschen gehörten der im mittleren Alter gestorben ist und dass es Anzeichen für eine Mumifizierung gab M&R sagen über Batavi er hat keine Schwierigkeiten zu sagen dass dieses Skelett das von Snorfrou sein könnte soweit ich weiß gibt es diese Überreste noch aber sie wurden soweit er weiß nie mit Kohlenstoff also Radiokohlenstoff datiert ich bin sicher dass wenn sie einer modernen wissenschaftlichen Untersuchung und Datierung unterzogen worden wären und in der Chronologie von Snorfrou passen würden in die Chronologie dass in der Literatur dann darüber berichtet worden wäre aber ich kann nichts finden dies hat einige Ägyptologen nicht davon abgehalten diese Überreste zu verwenden um zu behaupten dass Snorfrou in der Roten Pyramide begraben wurde in der Tat scheint es in einigen Fällen in dieser Angelegenheit keine Unklarheit zu geben so stellt Sayawas in seinem Buch Valley of the Golden Mummies 2000 zuversichtlich fest genau ja ach hier noch moderne Untersuchungen wurden an einigen vermeintlichen Überresten aus dem Alten Reich durchgeführt also zum Beispiel in einem Artikel in der Anthropologie Identification of Royal Skeletals Remains from Egyptian Pyramids da kommen die Autoren zu folgendem Schluss Zitat unsere Ergebnisse zeigen dass nicht alle angenommenen königlichen Überreste aus den Pyramiden des Alten Reiches echt sind vier von den vier Identifizierungen konnten zwei Fälle positiv nachgewiesen werden Neferefa und Jedkare weiß ich nicht wie man es ausspricht egal während zwei andere abgelehnt werden mussten Djoser und Mykerinos also das ist das was auch in Wikipedia gerade stand dass diese menschlichen Überresten die hier gefunden wurden Wikipedia war es noch deutlicher dass die eben wohl nicht in Snorfrut zugeordnet werden mittlerweile mehr das hatten wir auch bei der Djoser Pyramide dass da auch später Bestattungen noch stattgefunden haben bis rein in die Zeit der Römer irgendwie die man dann datieren konnte also wieder nur weil ich etwas in einem Bauwerk finde muss das nicht aus der Ursprung ziemlichen Bauzeit kommen Kronkorken in der Burg genau also das sind so die Dinge die wir hier haben er geht auch noch mal auf das Verschließen der Pyramide ein er sagt die Art des Verschließens der Roten Pyramide ist nicht bekannt M&R diese italienischen Wissenschaftler sagen Zitat wir möchten darauf hinweisen dass es in den Grabkammern dieser Pyramide keine Falltüren und keine Spuren von versperrten Korridoren gibt in ihren Beobachtungen sagen sie weiter das Fehlen von Falltüren ist keine Überraschung das gleiche Fehlen wurde wie wir gesehen haben in der Maidun Pyramide und in der unteren in den unteren Bereichen von Südachur festgestellt außerdem hätte niemand die Existenz der Krypta und des horizontalen Korridors der wahrscheinlich blockiert und verborgen war vermuten können wenn sie nicht über ihre genaue Lage informiert worden wären na gut also sie sagen hier haben ihre Gründe warum sie sagen ja da gab es nicht diese vermeintlichen Verschlussmechanismen das Resümee von Keith Hamilton ist folgendes die Rote Pyramide wie auch die gekrümmte oder Knickpyramide bedürfen einer gründlichen forensischen Untersuchung sie scheinen ein Chaos zu sein und wir haben keinerlei Gewissheit über die Lage der Kammern innerhalb der Struktur leider ist Ägypten mit zu viel Archäologie verflucht jeden Tag werden mehr Exemplare oder Fundstätten ausgegraben die Ressourcen sind knapp so dass es einige Zeit dauern kann bis die Pyramiden mit moderner Technologie und einer ordentlichen Aufzeichnung der Strukturen wieder besucht werden es wäre schön etwas in der Art der Restaurierungsarbeiten zu sehen die an der großen Galerie der Pyramiden durchgeführt wurden wie Hawass feststellt wir kommen nun zum schwierigen Teil nämlich dem Versuch Snovrus Bautätigkeit zu verstehen der Leser muss bedenken dass ich nur ein Laie mit begrenzten Mitteln bin der sich in ein Thema vertieft bei dem unter Ägyptologen immer noch große Uneinigkeit herrscht interessanter Hinweis von jemandem der als trotzdem auch Forscher würde ich sagen als jemand der es verstehen möchte das von außen mal betrachtet ein Streitpunkt ist die Chronologie von Snovru ich habe zu viele Abhandlungen darüber gelesen als dass sie mir Kopfschmerzen bereiten würden wir haben eindeutig eine große Meinungsverschiedenheit über die Regierungsjahre von Snovru Stadelmann schlägt 48 Jahre vor wobei er von einer zweijährigen Zählung ausgeht und andere widersprechen mit dem Hinweis dass die Zählung dieser Viehzählung nicht immer zweijährig war und schlagen eine Regierungszeit von eher 30 Jahren vor ich verstehe Stadelmanns Position von 48 Jahren da er Zeit brauchte um drei große Pyramiden einzubauen auf der Grundlage der mir vorliegenden Beweise bin ich jedoch mehr von den Argumenten derjenigen überzeugt die eine Regierungszeit von eher 30 Jahren vorschlagen ich fühle mich also gezwungen von diesem Zeitrahmen auszugehen das bedeutet dass es etwas geben muss denn ich kann nicht erkennen wie die drei wie drei große Pyramiden in einem so kurzen Zeitraum gebaut werden konnten ok letzter Absatz der Aufbau und die Funktion der Kammern in diesen drei Pyramiden werden wahrscheinlich nie bekannt werden aber ich werde eine Vermutung wagen in der Maidun Pyramide gibt es zwei kleine gleich große Vorräume die zu einer großen oberen Kammer führen wurden diese beiden kleinen Vorkammern gebaut um Gegenstände zu beherbergen die die beiden Königreiche Ägyptens repräsentieren das heißt das obere und das untere wobei der König der die Doppelkrone trägt in der oberen Kammer beigesetzt wurde wurde dies in der Knick Pyramide symbolisiert in der zwei verschiedene Gang und Kammersysteme die doppelte Neigung der Pyramide und die beiden Königreiche Ägyptens darstellen sollte eine Idee die zuerst von Varil vorgeschlagen wurde Kertes Nofru nach der Fertigstellung der komplizierten Kammern für die Rote Pyramide zum einfachen Entwurf von Maidun zurück als Hommage an einen Vorgänger den er hoch schätzte hoch genug um Maidun in eine glatte Pyramide zu verwandeln ja also Fragen über Fragen was ich hier noch interessant finde also er jetzt als jemand der halt trotzdem auch die Mainstream Datierung akzeptiert schlägt hier zumindest eine Erklärung für die drei Kammern vor er sagt jetzt also Kammer 1 und 2 Nord und Südreich diese Aufteile und Kammer 3 dann sozusagen für den König der ist vereint da wurde dazu beerdigt dann also damit ist auch wieder für die Kammern eine kulturelle bis religiöse Deutung vorhanden warum die im Grunde genommen so gebaut wurden das ist die offizielle Theorie also oder das ist ein Einblick ein Einblick in das was in Anführungszeichen als Mainstream Ägyptologie gilt und du merkst da sind Abweichungen und er sagt das hier auch sind viele Vermutungen viele Fragezeichen die sich da ergeben ja und damit ist einfach so der letzte Punkt was es zu klären gibt und da habe ich mir hier einfach zwei drei Fragen noch aufgeschrieben denen wir nachgehen möchten oder denen Geoffrey Drum nachgeht und auch andere Forscher also gehen wir mal davon aus dass es sich hier nicht um ein ursprüngliches Grabmal gehandelt haben sollte sondern eine technische Funktion da gewesen wäre dann stellt sich die Frage welche Funktion hat der absteigende Gang welche Funktion hat Kammer 1 welche Funktion hat Kammer 2 welche Funktion hat Kammer 3 welche Funktion haben die Verbindungen auf diesen Höhen also warum ist hier unten eine Verbindung warum ist die aber hier oben erfolgt wofür welche technische Funktion hat das Kraggewölbe warum wurde das so gebaut dann die Frage was ist mit dem Geruch in der letzten Kammer woher kommt dieser Geruch nach Ammoniak was ist mit den Ablagerungen die wir hier haben also zum einen ja hier diese schwarzen Dinger das schwarzen vermeintliches Fledermaus Pipi oder auch das was wir in den Kammern vorher hatten wo es nach oben eben so dunkel wurde Frage gibt es chemische Analysen dazu zu diesen Ablagerungen wurde das mal analysiert beprobt und wenn man diese Fragen jetzt alle beantworten kann ergibt sich daraus dann natürlich naja welche technische Funktion hat dieses Bauwerk denn insgesamt gehabt das ist all das was es zu klären gibt was wir uns halt anschauen möchten und ja da kannst du gespannt sein darauf ob tatsächlich diese drei Kammern eine ursprünglich chemisch technische Funktion gehabt haben können konnten diese drei Kammern Reaktionsgefäße für chemische Prozesse gewesen sein und gibt es dann Hinweis darauf in chemischen Analysen von vielleicht zum Beispiel diesen Überbleibsel diesen schwarzen etwas was da ist und so das gilt es zu klären und ich kann dir verraten es wird sehr spannend weil diese ganzen Sachen gibt es also da gibt es auch Analysen zu die gucken wir uns aber im nächsten Video an das reicht für heute aber ich denke das war wichtig auch ein Einblick zu haben in naja wieder die Kuriositäten die einfach auch vom Mainstream teilweise als Optionen Möglichkeiten Vermutungen angesehen werden und du musst dann ja für dich entscheiden ob eine nachherige Betrachtung einer technischen Funktion für dich schlüssiger ist aber wichtig sich natürlich auch damit zu beschäftigen wie ist die andere Ansicht deswegen das heute wenn es dir gefallen hat lass gerne einen Kommentar da und Daumen hoch würde mich sehr freuen hilf dem Kanal immer diese Daumen hoch Geschichte YouTube Algorithmen und so wenn den Kanal noch nicht abonniert hast hinterlass gerne ein Abo würde mich auch sehr sehr freuen und ja ich freue mich immer auch die Kritik halt super interessant was da halt auch an Kritik kommt was ich selbst daraus lernen kann also ein großes Dankeschön an alle die es genauso sehen an alle die es halt komplett anders sehen und ein riesengroßes Dankeschön auch an dich wenn du ein Unterstützer des Kanals hier bist also auch finanziell das geht wie das geht steht hier unten drunter in der Beschreibung da ist ein Link und die Informationen auch dazu riesengroßes Dankeschön das hilft mir hier nach und nach mehr Zeit investieren zu können so das soll es gewesen sein hier und hier werden jetzt noch Videos eingeblendet die vielleicht auch für dich interessant sind ansonsten wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Woche besinnliche Tage jetzt wenn das Video rauskommt eine schöne ruhige besinnliche feierliche Zeit für dich frohe Weihnachten für die die es feiern für alle anderen einfach nur ein super schönes entspanntes Wochenende und freue mich schon wenn wir uns im nächsten Video dann wiedersehen alles Gute und bis dahin